Ja was los bei dir Vampirat heute? Gibt es was Neues? Was ist da los? Was ist da los? Was ist da los? Ne, ich gehe da gar nicht. Ach man, da war was im Weg gewesen. Ich lege es aber jetzt nichts dafür heute. Das hat keinen Sinn. Ich lege es nur was Falsches. Macht keinen Spaß so. Das war eine sechste Mission. Das läuft mir so krass stark. Meine Güte. Vitamin, Wester, Schild und Kaffee. Oha. Mono-Eye? Was denn? Inwiefern wäre der jetzt besser als der Bierloch? Muss man nicht verstehen. Ich esse lieber was. Jawohl. Achso, ich muss noch trinken. Achso. Hab ich noch gar nicht. In dem Fall, äh, lieber Chad, gönnt euch. You let's judge charge. Ach, ich liebe Wasser. Schmeckt so ekelhaft. Ich denke, es war neue, äh, Dingens bekommen und so. Muss erst danach irgendwann. Neue Shops. Äh. Brust. Letzter Kappi süffelt. Ach nein, die kann ich gar nicht gleich, die Dinger. Boah. Der hat mich nachgemacht. Hat aber nicht gereicht. Hat er mich nachgemacht, oder was? Habt ihr gesehen, oder? Hat er mich nachgemacht. Böser Wicht. Ganz böser Wicht. Mann, ich will die Shops-A-Bus haben. Ich muss noch mehr Sachen machen für den Shop oder was. Und als hätte ich geahnt, es wäre natürlich schwere Missionen und vor allem jetzt sechs Stück mal davon, wahrscheinlich auch mal hier nachher sechs. Was fehlt hier, kann ich das sehen? Nicht wirklich. Ja, loskommt. Krieg ich doch ganz oben. Ja, ich hab noch so getrunken gerade. Ich hab das schon getrunken, eben gerade nicht gesehen. Ich hab das schon mal hier so erwähnt. Das ist ein bisschen harmlos aus. Aber es tut weh. Das tut weh. Tut weh. Okay. 999. Das ist viel. der brennungsgang 80 wird dann immer heißt dann ist eine ganz höchste ach so achte halt nicht das stimmt ja ich habe ja absorption von feuer hat viel spaß wie viel böser ich bin aus dem platz explodieren heile mich schau es los umgefallen wieso weiter so zu machen die halbe wieder was auch nicht ach ja ich habe ja meinen stunden locker rausgeweckt wie was anderes soll jetzt der mp frei wäre mega heilung bitte danke geblockte heilung aber ist egal wieder zweimal und einmal gelesen willst du jetzt aber das ist zweimal hervorgehoben kurin einmal da und hier noch einmal unter samiras was gibt es heute bei dir und dann noch mal und der letzte kaffee so fühlt du hast es zweimal hervorgehoben nicht nur einmal hab nichts damit gelesen also per se war es doppelt aber per se per se per se aber nicht meine schuld noch merkst du meine zum glück ist eine mission wie er selber ich habe meine daten sammelt und mich selbst sagen sonst geht es aber da was nicht ausweichen was soll denn das mein erstes ist es ist es ist es ist kann ich aber gleich per se per se per se von ihr per se von ihr wird ph geschrieben ich mit f sag's nur mal ne wichtig hey kopperschlag wie mir egal das doch ist naja ist gut wie gesagt oder wie ich sagen wollte es ist immer nur einzige kämpfe ich muss keine ganzen karten ablaufen dafür das ist okay dennoch ein bisschen äh das ist eine starke negativ traufe oh 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 fuck ach sei es macht ja krasser typ kaktor kommen 321 jetzt 1000 stachel level 3 hat aber ordentlich schaden ich meine dass ich ja einige schlüsse haben mit so vielen schon ehrlich jetzt in einem angreifen dann war das wieder willst du mich rollen in dem fall allein sich die was doch seit wann wird persönlich mit ja geschrieben ist wie rollen das zweite mal gibt das erste habe ich aber gemacht das zweite mal habe ich dann kommentiert ich hab doch beides gedacht komm hör auf ich hab recht progressive ist im bett aus an was diese progressive versehe von ihr dachte ich warum geht es jetzt aber wo bist du jetzt hängen geblieben was soll das hör auf damit noch mal die ball zu mir da war genau gesehen habe ich glaube ich will doch ein bisschen mehr leben oder stopp schutz wenigstens ich rede von dem original ist noch keine metal band ja das bettet werden zu heißen ist mir völlig klar die weg von mir ich bin ich angehalten werde ich mag das ist mir völlig klar die komisch aus wie ich das ganz ähnlich kaktor modus juhu ausfälle fällt mir nicht ich kenne die vom namen hier zumindest aber ich habe jetzt ganz auch mit dem kopf und per se über die pia geschrieben die war sie ja danke für den einschub das ist mir klar vielleicht ist ja lieber schlafen du scheinst sie auf dem aktuellen wüsten stand der dinge und auf dem dampfer zu sein kurin ernst gemeinter rat ein vogel er macht auch nicht schaden das auf jeden fall vergiftet mit johann dieser merkt man kurin total versagt dürfte mal was wir nicht haben wieso was er hat er so eine mutative generell auch für alles regener und auch noch weil uns auch oder was ist das muss ja die wäden sein kassel kugel juhu ich kann die zukunft gucken wie ist dabei hat man jetzt eigentlich in meinem chat was soll das so wie der heavy christmas spielen meiner vielleicht wenn ich übergang mache zum anderen dingens habe ich schon bei der ganz kurz habe ich schon eine kristallkugel das hallo das neu ist ein handschuh ok kristallkugels 9 will 80 ok ist nicht schlecht aber nennen 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 fahrt aber ich habe schon verfolgen das auch nicht immer ganz leicht verlaufen das sagt die richtige sagt mich mal ich muss immer noch streamer dinge erzählen ist halbwegs schaffern musst du es ja und doppelt schaffen ohne witz ich habe alle noch schutzzeug drauf ja hast du die die kämpfe zu schnell vorbei ich kann die mütze gar nicht genießen was sollen das was sie mir doch mal wieder weg also die flieht immer dann wenn ich meine frage stelle das ist glaube ich schon absicht ob wir sehr verdächtig vor habe mir sehr verdächtig vor so jetzt habe ich hier drei sachen vor zwei sachen wo neue shops kommen richtig im 5 4 modus war es glaube ich gewesen antworten kommen ja natürlich natürlich bei mir bestimmt die glaube ich was haben metal dann kann er gemeinsam was was ja was denn nach beide bumm nein was macht das nicht aber ja ich guck die heimlich ruhig ich habe stehen wird stehen hier soll verdammt ja doch direkt ein perfektes timing hier kratzt mich nicht kratzt mich auch nicht das war auch mal element neutraler zauber sauer rei ich muss ihn mit dem hirnwitzger stumm machen dann kann er zaubern dann weiß ich lieber doch auswürdig sagen das wäre eine verarsche von dem gewesen das war jetzt voll die verarsche trieffeuer ok halte ich aus energie weiß nicht was es ist ja ich bin da ausgewichen bei energie muss ich aufpassen nein nicht abbrechen bei energie aufpassen das ist warum schon lehme ihn lehme ihn mach ihn stumm nervig na na hier hier und nein ist was schon ja schnell was zu aktivieren und mit aufpassen von berri ja es gibt so fix was aktiviert das gibt es doch gar nicht der aufdruck auswählen wird er macht macht zwei zwei nicht euer ernst das ist ein ekliger kampf ich brauche mehr leben dafür wenn ich überlebt ihr angriff ja wenn ich mehr leben hätte moment geben ganz ganz fix gemacht ich lebe doch ich lebe doch ich war nicht tot mein leben haben sich gerade generieren wir sollen das wieder ich war nicht tot als richtig hat man ja da läuft man eine weile fake arnold völlig in ordnung blocken was macht das ja blocken ist easy block ab jetzt einmal heilen lassen aber dann muss ich nicht mal das ding dafür eigentlich blocken geht auf ja sieh mal wie wenig blocken meinem spielstil passt weil ich aber nicht so denke dass ich das auch machen könnte aber ist egal äh der song von valhalla von heaven und shell burn war cool äh harps ist nicht so wirklich meins vor allem nachdem die schweine uns als vorbett abgelehnt haben wir haben von der weile hier gespielt in den letzten jahren hatten dann eine bewährung oh war schon Mist war schon durch gewesen hatten da quasi bewerbungsartig äh kleinere bands angestellt oder aufgerufen anzuschreiben dass sie da als vorband aufheben dürfen quasi als eine art wettbewerb wenn du so willst ne haben wir uns nicht genommen nicht mehr angestiegen haben wir uns Schweine und durchsicht so bei mir ich weiß nicht wenn wir russen kurz gewesen wären aber ich meine ja bloß Sauerei unverzeihlich ja eben drum und unverständlich vor allem auch okay wir hatten zu damaligen Zeitpunkt wo es einfach Tipp für uns gehabt und keine ähm äh Studioaufnahme oder sowas und man hat vielleicht auch nicht den korrekten Eindruck bekommen vom Sound den wir haben aber trotzdem so eine Sauerei Scheiß Band ne aber gar nicht die machen ja schon eher in die Chorrichtung und Chor hast du gar nicht mein und schade red ich gar nicht ja sehr schade sogar und schade für diese Band denn die hätten mit uns die Knaller aufhut gehabt weißt du mal so wieder mein schwaches tp boost zurücknehmen welches da das hier war ich will die shops haben wird auch noch mal noch achten was wir da war ja klar aber ich glaube es hier müsste der shop kommen bei zwei Bomber Bomber noch nicht soll ich nur feuer aber wir machen mich töten das wäre sinnvoll aber der wieder einfach komisch so unterschiedlich im schwiegertsgrad sind hier ist echt merkwürdig magieschlag tut 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 shop kein shop wann kommen denn die shops bitte oh Flair geil flair ist auch oh neuner mission wir gucken mal was ist das eine Igel der heini das ist der der man im marco jacke gesehen hat faszinierend cool dass sie auch mal quasi in aktion gezeigt wird nicht plus als das objekt und blablabla und so vier lebender gute fangen jahre ich habe gesagt ich möchte sie brauchen werde schätze ich das auch nicht man mann 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 gefährlich hier ja die haben vollwasser basturin so ist es nämlich klar ich war mir nicht sicher bis flair in das spiel gibt gibt es übrigens okay aber es gibt keine warte mal ganz kurz auf die mails gehen ist das stand doch eindeutig bekommen wir neue sachen oder nicht die habe ich ja alles m2 ach sie kommt hier nach m2 ist aber hier m2 mensch ich habe nichts merken müssen wir m23 ob ihr bei m3 und m4 kommen die ok ich bin dann völlig falls doch dafür gut warum auch nicht flair was macht flair schön ist wenn ich war jetzt auch ein element neutraler zauber rein theoretisch wie stark ist habe ich keine ahnung da ganz und 57 also elektrische was das denn und auch mal habe ich nicht nur nicht lang und er ist ja stark 1 77 und boah was ok elektrische ja was essen beim stil alles gut danke schön danke für den support spezielle angst magie ich probiere beides mal aus in einem leichteren kampf ganz kurz nur weil will ich ja wissen einmal diesen einmal jenen doch nicht die ja ich werde sie in den 23 jährlich muss ja hier auch mal auf weiterkommen das hatte zu machen nervig eine truhe ist da nicht viel los wie man das will auch wissen ich gibt ja auch diablo noch keine angst es gibt noch schon noch diablo nicht vergessen aber es gibt so lirken oder so ähnlich ist auch gut ja es wird gleich einen schweren test aber kommen wie sieht es aus wieso sind wieso sind da oben drauf bei rb egal war er war aber auch hier im start aber ein bisschen mehr können so wenig schaden denn dann hört beides wenn meine okay ich schätze was ist beides gleich angriff aber höllenblitz gerade das beste für mich ist zack fertig aus das macht 9999 schaden mehr kann ich nicht haben und dennoch interessant dass es sowas gibt vor allem weil es so sinnfrei ist eigentlich also interessanter dass das spiel gebracht wurde obwohl es eigentlich zu dem zeit und auch schon längst viel besseres gibt irgendwie ist es zu viel nahezu ich sehe ich mal noch gucken ob das heißt das kämpfen gehen außer monster stehen und dann kommt man auch noch hier dann schalten wir die 3er version der 2er version frei keine trugen aber ich muss auch mal doch das laufen ok das schon nach monster 3 besiegen jetzt die zerraptor ok dafür leben julia ist geschützt gab weil ob sie mit der magie sagt dass ich die kann wir haben er hat dafür muss beides haben wir machen was ist nicht nett die zerraht ob danke für das eismus ja ja ich glaube jetzt habe ich auch die schnutz voll für heute aber den laden mache ich noch der laden muss noch sein ich will noch ein laden haben kommen was soll dann ist ich will die ganze zeit beladen was machen war meine falsche mission dabei voll dumm kann ich auch nichts dafür ja bisschen vielleicht schon aber nicht nicht so doll hallo ihr vögel also der rest von euch ende im gelände ich erwarte die truhe hier da ist ja schon sehr schön so die le nummer zwei fehlt noch eine darum karten kann die auch schon mal gab leider nichts neues jetzt überleben wir schaden bei der sechse mission eindeutig war alle noch weiter stärker ich muss auch noch mehr auszeilen offensiv weil die ganz hart liegt dann hier ich finde die kurze keine jahr hat tausendfach meine mp verbraucht mit einem schlagen mega schade aber doch nicht alles ich bin ich schon muss weiß ich habe auch mal höhere physische verteidigung als andere gegnern wie es aussieht und es sollte jetzt mehr schaden machen ich habe hier alle mal angestufts drin oder ja aber jeden fall 139 habe ich alle mit drin definitiv ein saugeiler hoher wert aber es reicht auch mal nicht aus hier krass ich müsste schon die physische abwehr dass sie das ignorieren können auch einer ein dämon ein dämon mal einmal so endboss vögelchen vögelchen verarsche totale verarsche die einfach hier der andere ist die große nummer nicht der da heilwelle weil es geht ich weiß brauche weil es geht die sp-punkte Dankeschön Hüpf 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 mp oder war das gold am ane doch muss ja gewesen dann offensichtlich okay ich bin irritiert aber wenn es da so steht damit zu stimmen dort habe ich ja klar dass solche fall hyperreif ja das haben wir alles nicht so haben wir der laden aber ist okay egal wie immer sei ich speichere jetzt und macht ende für heute alles muss man zu ende gehen auch die guten sachen ich würde sagen wir sehen uns gleich wieder in diablo also kurzes kräuschen titel umbenennen und noch ein bisschen grinden ich würde mal so mir erfahren dass er doch bock hat mitzumachen wenn ja dann ja wenn ein dann nein ansonsten melde ich mich einmal also dranbleiben